Seit WordPress 5.5 gibt WordPress einem ja die Option, das automatisierte Updaten bestimmter Plugins einzurichten. Das ist ja mit Sicherheit eine sehr, sehr gute Funktion, auf die viele gewartet haben und die auch meiner Meinung nach längst überfällig war. Allerdings ist es im Nachhinein manchmal ein bisschen nervig, dass WordPress einen dann jedes Mal per E-Mail darüber informiert, wenn wieder einmal ein paar Plugins upgedatet wurden. Und jedem, dem das so ein bisschen auf den Sender geht, der hat einfach die Möglichkeit, hier ein Plugin zu installieren, um das zukünftig zu unterbinden. Hier geht man also einfach auf Plugins, Installieren und sucht das Plugin Disable Auto Update E-Mail Notifications raus. Hierbei handelt es sich um ein Lightweight Plugin, das sich absolut nicht auf die Performance der Webseite ausübt. Das muss auch nur installiert und aktiviert werden, also muss nicht noch extra großartig eingestellt werden oder sonst was, weil es eh keine großen Optionen hat, außer halt diese automatisierte E-Mail Benachrichtigung zu blockieren. Ja, ich wollte das nur mal schnell raushauen, um dem einen oder anderen vielleicht die Nerven ein bisschen zu schonen und richtige WordPress Infos gibt es dann hier auf dem Kanal am Sonntag um 12.30 Uhr wieder.